Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, und dieses Mal in einer Keylux, also einer Keyler Open Source und Linux Tage Sonderedition. Und je nachdem, wann ihr das Ganze guckt, vielleicht live während unserer Linux Tage, noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen, die es auch noch gibt. Oder wenn ihr noch mal Interesse habt zu gucken, was es sonst noch gibt, schaut gerne mal in der Konserve vorbei, wo es das Ganze bei YouTube und bei Peertube gibt. Also guckt da mal vorbei. Aber jetzt geht es natürlich um was anderes. Das war jetzt der Werbeblock am Anfang. Dieses Mal geht es um die Generierung von Bildern über KI-Algorithmen, also künstliche Intelligenz, wenn man es so nennen möchte. Der Kurzform halber mache ich das hier mal, auch wenn es mit Intelligenz eigentlich wenig zu tun hat. Also es geht dieses Mal darum, wie ihr selbst solche Bilder, wie ihr da Links so generieren könnt und das Ganze auch auf eurem eigenen Rechner, wenn ihr Minimalvoraussetzungen erfüllt. Also eine halbwegs ordentliche Grafikkarte sollte drin sein, damit es nicht ewig dauert, sowas zu generieren. Aber ihr könnt das Ganze zu Hause machen. Bevor es jetzt losgeht mit aktuelleren Sachen, erstmal so eine kleine Zeitreise. Also früher, wobei früher jetzt ja nun nicht so wirklich früher ist, denn 2015 bis 2017, da können sich vielleicht noch ein paar von euch dran erinnern, da gab es schon diese Grundlagen dafür. Also es gab freie Netze. Das könnt ihr immer noch runterladen unter dem GitHub-Projekt. Einfach mal mit rumspielen. Und damals war möglich, 32x32 Pixel Bilder zu generieren, aber bloß zu einem Thema. Also ich habe da gefunden, es gibt ein Netzwerk nur für Katzen und eins nur für Menschen. Da kommen dann Bilder raus. Die sind aus heutiger Sicht natürlich irgendwie, ja, natürlich total lächerlich. Die Technik hat sich sehr schnell weiterentwickelt. Aber für damalige Verhältnisse war das schon durchaus interessant, dass sowas möglich war und das auch auf eigener Hardware und nicht irgendwo im Rechenzentrum auf riesigen Maschinen lief. Jetzt ein kleiner Sprung zu dem, was heutzutage möglich ist und eben auch bei euch zu Hause möglich ist. Diese Text-zu-Bild-Generatoren, die generieren aus Textbeschreibungen, die ihr in englischer Sprache eingibt, Bilder. Und je nachdem, wie das Modell, also dieses KNN, also dieses künstliche neuronale Netzwerkmodell dahinter ist, können die Bilder sehr gut aussehen. Es gibt Netze, die für einige spezielle Zwecke optimiert sind. Also die haben sehr viele Trainingsdaten gekriegt von zum Beispiel hier Mikroskopbilder. Also das war irgendwie sowas, was mir aufgefallen ist, was so ein bisschen von den anderen eher allgemeinen Netzen abweicht. Und wenn man jetzt ein bisschen Zeit investiert, vielleicht einen guten Prompt, also diese Texteingaben, die man dort macht, diese Beschreibung von dem, was man sehen möchte, heißen Prompt, macht, dann kriegt man vielleicht hier so ein doch relativ fotorealistisches Bild raus, was natürlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Also diese Haarpracht hat der Elon Musk, glaube ich, niemals gehabt. Also das ist jetzt so eines von diesen Fake-Bildern, was da rausfällt. Diese künstlichen neuronalen Netzwerkmodelle zum Generieren von Bildern müssen ja mit irgendwas trainiert werden. Üblicherweise werden dafür Bilder aus dem Internet genommen. Es gibt ja Bildersammlungen, die relativ frei sind, die man so verwenden kann. Und mein letzter Stand dazu ist, dass man quasi alle Datenbilder verwenden kann, solange es nicht irgendwie so eine Art Stoppschild davor gibt, dass diese Daten nicht verwendet werden dürften. Ich meine, das ist der letzte Stand der Gesetzgebung bei uns in Deutschland. Von daher sind wir da relativ frei, womit wir diese Netze trainieren können. Man darf allerdings wohl nicht die Bilder länger aufheben zum Trainieren, sondern bloß während der Trainingsphase verwenden und hinterher quasi wieder wegschmeißen. Da diese Modelle mit öffentlich zugänglichen Bildern oder sagen wir mal meist öffentlich zugänglichen Bildern trainiert werden und auch dazu gehörige Bildbeschreibungen existieren, kann dieses Modell auf spezielle Eigenschaften, Bildkompositionen trainiert werden. Also letztendlich das, was so ein Kunstschüler machen würde, da guckt sich halt Bilder an von alten Meistern, sagen wir mal Dürer, Rembrandt oder so, guckt sich denn an, wie baut man so eine Szene auf, wie sieht so ein Mensch aus, wie stellt man das insgesamt zusammen, dass so ein stimmiger Eindruck entsteht. Also so ähnlich funktionieren diese Modelle auch. Also die holen sich quasi so einzelne Features aus vorhandenen Bildern raus. Und wenn in der Beschreibung dazu denn drinsteht, das ist ein Bild von meinem Hund am Strand, dann wird in diesem Modell quasi abgelegt, aha, diese Komposition ist Hund und Strand. Aber das Modell weiß erstmal natürlich nicht, was ist jetzt ein Hund, was ist ein Strand. Aber wenn es jetzt noch andere Bilder gibt, wo jetzt dieser Begriff Hund da vorkommt, ein Bild von meinem Hund in den Bergen, mit meinem Hund am, keine Ahnung, aufwanderung in den Dünen, ich weiß es nicht, irgendwas, dann kann dieses Modell sich langsam darauf einstellen und irgendwie so diese Eigenschaft Hund immer klarer fassen, sodass man denn den Hund als solches auch in anderen Bildkompositionen generieren lassen kann. Und damit das Ganze wirklich funktioniert, müssen die Bilder mit einer halbwegs brauchbaren Beschreibung zusammenfallen, damit dieses Modell was in der Trainingsphase darauf lernen kann. Gut, das war jetzt erstmal so eine kurze Zusammenfassung, wie das funktioniert. Mathematisch und sonst irgendwas ist das natürlich viel komplizierter, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Bei diesen Prompts, diesen Textbeschreibungen könnt ihr sowohl positive Beschreibungen vorgeben, also das möchte ich gerne in meinem Bild drin haben. Das sind so Stichworte, die dann auch vorkommen in Beschreibungen, also so wie Foto, also immer auf Englisch, also hier mit PH und so. Dann so Sachen, die ja eigentlich bloß Stichworte sind, die man aber so nicht generieren kann. Also sowas wie Hyper-Realistic 8K, also eine 8K-Auflösung bei einem generierten Bild, das werdet ihr mit eurer Hardware nicht hinkriegen. Ich glaube, man kann sowas kaufen für relativ viel Geld, aber das können sich die meisten halt nicht leisten, sowas zu machen. Also das ist so ein Stichwort, das kann man dazu packen, um dem Netz zu sagen, ich möchte jetzt ein total tolles Bild haben. Und wenn in den Trainingsbildern, in den Beschreibungen oft dieses Stichwort vorkommt, vielleicht auch bloß 8K oder ultra-detailed, ultra-realistic und sowas alles, dann werden, also dann versucht dieses Netz halt Bildkompositionen zusammenzustellen, die irgendwie besonders realistisch sind, besonders viele Details enthält, wo jemand, der mal ein Foto gemacht hat, das dazu geschrieben hat. Ich habe jetzt ein total ultra-realistisches Bild von meinem Hund am Strunt gemacht. Also das wird so wahrscheinlich nicht drinstehen, aber damit kann man das Ganze in eine Richtung bringen. Neben diesen positiven Prompts kann man auch negative Prompts eingeben. Damit kann man versuchen, Dinge rauszufiltern, die man eigentlich nicht haben möchte. Problematisch sind immer noch Hände, also die Anzahl von Fingern liegt üblicherweise über 5, also so 5,5 bis 6 ist irgendwie so die übliche Anzahl bei den generierten Händen dabei. Und mit Stichworten wie disfigured, also irgendwie verformt, ugly, seltsam, bad, blöd, mistig oder so, zwei Köpfe, two heads, da kann man versuchen, dem Netzwerk zu sagen, ich möchte jetzt diese Sachen alle nicht haben. Aber ich weiß nicht, wie viele Bilder eine Beschreibung davon haben, wo denn drinsteht, ja, das ist ein Bild von meinem Hund am Strand mit zwei Köpfen. Also ich glaube eher nicht. Von daher funktionieren diese negativen Prompts nicht so wirklich gut. Als normaler Workflow gibt man so einen Haufen Dinger trotzdem mit an und hofft, dass da dann irgendwie was Besseres rauskommt. Aber ob das klappt, ja, es kommt immer darauf an. Kann sein oder eben auch nicht. Probiert es aus. Die Netze, die ihr verwenden werdet, die sind schon quasi vorgerechnet. Da haben Leute entweder richtig viel Hardware zu Hause. Das dürften die wenigsten sein, die sowas sich leisten können. Oder die haben irgendwo in einem Rechenzentrum sich Zeit gemietet auf richtig krasse Hardware. Normalerweise extra Beschleunigerkarten, die gibt es da, die gibt es von Nvidia. Und ich glaube AMD gibt es da auch welche, wo man dieses Training sehr beschleunigen kann. Und die haben auch sehr viel Grafikspeicher, ja, also irgendwie schon Grafikspeicher, auch wenn es ja keine richtigen Grafikkarten sind, um das Ganze doch da reinzuladen und überhaupt trainieren zu können. Also das könnt ihr auf handelsüblicher Hardware quasi nicht machen. Von daher werdet ihr eher vorhandene Modelle nehmen, könnt die aber so ein bisschen anpassen. Dafür gibt es eine Möglichkeit oder quasi zwei Möglichkeiten. Da komme ich nachher auch nochmal mit dazu. Das eine heißt Hyper Network und das andere ist Textual Inversion, heißt es, glaube ich. Damit kann man mit wenigen einzelnen Bildern von einem, ja vielleicht von einem Gegenstand oder von einem Menschen ein kleineres Netz bauen, was auf exakt diesen einen Gegenstand, Objekt oder sonst was trainiert ist und das dann quasi überblenden. Also dieses vorhandene Modell, da wird das dann live angepasst, also mit da rein geblendet, sodass sich dieses eine Objekt besser darstellen lässt. Das ist was, was ich nachher auch nochmal zeigen werde. Ja gut, also im kleineren Maßstab kann ich das bei mir auf meiner Grafikkarte machen. Aber ja, wenn man das jetzt richtig machen wollte, bräuchte man natürlich eine bessere Grafikkarte. Also das lässt sich schon machen. Eine andere Variante, die relativ schnell funktioniert. Ihr könnt einfach vorhandene Modelle, da gibt es sehr, sehr viele von, also jetzt mal grob geschätzt über 1000 Stück, die man auch kostenlos runterladen und nutzen kann und man kann diese Dinge miteinander kombinieren. Also ich kann aus zwei Netzen eins zusammenbauen lassen, dann werden aus beiden Netzen Elemente übernommen. Also da wird mehr oder weniger so ein Zwischenwert aus beiden genommen und je nachdem, was man da kombiniert, kann ein sehr gutes neues Netz daraus entstehen, was mehr kann als die beiden Einzelteile vielleicht vorher. Also das funktioniert entweder mit zwei Netzen, die man reingibt, da kriegt man eins raus, oder man kann auch sogar drei Eingabenetze miteinander kombinieren. Das geht sehr schnell, also das kommt quasi bloß darauf an, wie schnell eure Festplatte ist oder eure SSD. Da werden einfach bloß die Daten genommen. Wahrscheinlich wird da sowas gemacht wie so ein Mittelwert aus diesen Zahlen. Letztendlich sind es ja alles Zahlen, was da drin ist. So ein Mittelwert genommen und wird dann wieder geschrieben auf die Platte oder die SSD. Das geht relativ schnell, im Gegensatz zu dem Trainieren von so einem kleinen Netz. Das dauert relativ, also sagen wir mal mit der Stunde oder so ist man dabei, aber man kann weitere Iterationen reinstecken, dann wird es immer ein bisschen besser. Also man kann das tagelang laufen lassen und hat hinterher vielleicht was Besseres. Oder wenn man Glück hat, ist man schon nach einer halben Stunde damit durch. Da ist sehr viel Zufall im Spiel. Also länger laufen lassen muss nicht immer bedeuten, dass man ein besseres Ergebnis kriegt, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich quasi, dass man immer was Besseres kriegt. Ist so wie Lottospielen, einmal Lottoschein ausgefüllt und sofort gewonnen und andere machen das seit 30 Jahren und haben nie was gewonnen. Also so ungefähr läuft das da auch. Dann noch eine grobe Richtlinie, wie das Ganze funktioniert, damit ihr nicht sofort enttäuscht seid. Also ich habe hier meine 105 und 2 Regel. Ich lasse 100 Bilder generieren über so ein neuronales Netzwerk. Davon sind gefühlt so ungefähr 5 ganz okay. Sind nicht, also sind nicht so super, aber von diesen 5 sind 2 wirklich, ja wirklich gut. Also wie hier dieses Bild da mit dem Elon Musk in voller Haarpracht. Diese neuronalen Netzwerke, die liefern wirklich zu jeder Eingabe eine Ausgabe. Das kann totaler Mist sein. Es kann was Gutes dabei rauskommen, aber die werden niemals sagen, nee dazu weiß ich jetzt nichts, dazu mache ich kein Bild. Das kann man jetzt nochmal ausprobieren. Das habe ich zwar schon in einem anderen Video gebracht, das hier, aber ich finde es immer noch so gut, darum mache ich das hier nochmal. Jetzt könnt ihr mal raten, es geht um fiktive Filmszenen. Ich möchte gerne wissen, aus welchen zwei Filmen könnten diese Aufnahmen stammen, wenn es diese Filme so gegeben hätte. Ich zähle jetzt sonst mal runter, von 5 runter und dann könnt ihr mal kurz überlegen, was das so ist und dann gibt es die Auflösung, was ich eingegeben habe. Und ja, was das Netz daraus generiert hat, das seht ihr. Also 5, 4, 3, 2, 1. So, also links würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig. Das ist Indiana Jones in einem bis jetzt unveröffentlichten Werk aus seiner doch frühen Schaffensphase. Da war Harrison Ford noch deutlich jünger, obwohl es gibt ja den neuen Indiana Jones Film, wo sehr viel am Anfang mit KI gearbeitet wurde, um ihn deutlich zu verjüngen, sodass er quasi wieder so aussieht wie in den ersten Teilen. Dann rechts dieser, ja doch, ich würde sagen, doch wieder zu erkennende Charakter, der vom Gesicht her nicht so unbe... Also das Gesicht stimmt nicht, aber von der Haltung her und von dem, was er trägt, könnte das durchaus hinkommen. Das ist also Columbo. Also keine Ahnung, ob er noch so bekannt ist, aber eine Serie, die mit sehr großem Erfolg auf jeden Fall lief. Das würde ich sagen, war noch relativ einfach. Jetzt erhöhe ich mal den Schwierigkeitsgrad. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. Da haben wir auch wieder zwei, ja, quasi wieder Filmszenen. Jedenfalls habe ich dem jetzt das gesagt, mach mir Filmszenen für... und für... Was ist denn das links? Kleiner Tipp, links, das ist ein Klassiker theoretisch. Und ich zähl mal wieder runter, könnt ihr kurz mal überlegen. Also fünf, vier, drei, zwei, eins. Man mag es kaum glauben, aber auf der linken Seite, das ist Raumpatrouille Orion. Also ein Klassiker der Filmgeschichte, der Science-Fiction-Geschichte. Eigentlich ist es immer schwarz-weiß. Und an der Stelle kann man merken, dass dieses Netz da überhaupt keine Ahnung hatte, worum es ging. Also irgendwas mit Raumschiffen anscheinend und der Rest ist einfach irgendwie wild zusammengestellt. Mit, ja, irgendwas brennt da, da ist irgendwie so so eine... Ja, was ist denn das? Eine Sonne vielleicht, die kurz vorm Kollaps steht. Irgendwie sowas, ja, oben explodierendes Raumschiff, ein bisschen Gewitter, ein bisschen Himmel und sowas. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Ursprünglichen zu tun, was ich haben wollte. Also das Netz kennt es nicht, aber es generiert halt trotzdem irgendwas. Und auf der rechten Seite haben wir den... Ja, also den... Vielleicht ist es ein Bollywood-Klassiker, den ich nicht kenne. Also das ist B, O, H, 1, A, E, W und so weiter. Also man kann da irgendwas eingeben und es kommt immer irgendwas bei raus. Insgesamt sieht es ja nicht irgendwie kaputt aus. Also auf der linken Seite kann man natürlich... Also dieses Raumschiff, was da abgestürzt ist, das ist irgendwie komisch, aber bei Science Fiction ist sehr viel möglich. Von daher vielleicht meinte irgendein Regisseur oder Designer, dass man exakt das so machen sollte, keine Ahnung. Und auf der rechten Seite, naja gut, sieht ein bisschen komisch aus, aber so einzelne Teile davon könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht ein Filmplakat war oder ist. Also von daher, es kommt immer irgendwas bei raus. Und wenn wir jetzt anfangen würden, Finger zu zählen, würden wir wahrscheinlich irgendwie sehen, naja, das stimmt nicht so ganz. Aber, worauf ich hinaus wollte, es gibt immer eine Ausgabe, egal was man eingibt. Ich hatte mich auch gefragt, wie diese Bilder überhaupt entstehen. Ich dachte jetzt, dass Bilder immer weiter im Detail verfeinert werden, denn dieser Generierungsprozess läuft in mehreren Schritten, also in mehreren Iterationen. Und da dachte ich, dass in jedem Schritt vielleicht mal ein Detail dazu kommt, dass bei so einer Szene wie mit hier in diesem Wald, diese Hütte im Wald, vielleicht denn mal ein Blatt dazu kommt oder irgendwie so ein Grashalm ein bisschen besser ausgearbeitet wird. Also wirklich Detailarbeit geschieht. Aber das ist gar nicht so. Darum habe ich jetzt so eine Serie mit Einzelbildern gemacht, mit verschiedenen Schritten. Also das hier ist nach fünf Schritten entstanden. Und das Ganze ist mit diesem Netzwerk, Deliberate Version 1.1. Die Auflösung ist die hier. Und es gibt so einen Zufallswert, den ich ja festgesetzt habe auf diese Zahl. Der wird normalerweise, wie der Name ja sagt, per Zufall bestimmt, sodass man auch, wenn man immer dieselbe Eingabe, denselben Prompt hat, dass man dann verschiedene Bilder rauskriegt. Also wenn man jetzt exakt dasselbe Bild nochmal generieren möchte, dann braucht man exakt diesen Parametersatz. Netz, also wirklich selbes Netz, selbe Auflösung, selben Zufallszahlenwert und auch denselben Prompt und natürlich auch dieselbe Anzahl von Schritten. Dann kriegt man dasselbe raus. Man kann jetzt nicht erst mal Bilder in einer kleineren Auflösung generieren lassen und dass man quasi so eine Vorschau hat, dann macht man in der kleinen Auflösung und guckt, aha, das Motiv gefällt mir so mit diesem Zufallszahlenwert und jetzt möchte ich dasselbe nochmal in Größe haben. Das geht nicht. Sobald wir irgendeinen Parameter ändern, ändert sich das komplette Bild. Das ist schade, aber es ist leider so. Nochmal zurück zu dem, wie das entsteht. Also das hier ist das Bild nach fünf Schritten. Dann haben wir das nach zehn Schritten. Und es ist eigentlich ein komplett anderes Haus. Also es ist wirklich komplett anders. Also die Bäume, da sind noch so Überlappungen bei, also dass die ähnlich gewachsen sind an ähnlichen Stellen, aber es sind auch andere Bäume. Wenn ich jetzt nochmal einen weitergehe, da ändert sich auch nochmal was. Und hier, da passiert schon weniger als vorher, als Differenz. und abschließend die 25, da ändern sich jetzt auch nochmal ein paar Dinge. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, es ändert sich an sehr vielen Stellen noch ein bisschen was und das Haus, da wird nochmal ordentlich umdekoriert und da wird nochmal umgebaut. Also es ist keine quasi lineare Verfeinerung von Details, sondern es wird auch wirklich noch umgebaut. Und wenn man das jetzt mal so gesehen hat, ist das schon irgendwie anders, als ich das von am Anfang dachte, dass es so ist, dass bloß Details vereinert werden. Bloß damit ihr das mal gesehen habt und dass ihr ein bisschen wisst, wie das Ganze entsteht. Diese 25 Schritte, das ist so ein Richtwert, der normalerweise ganz gute Resultate bringt. Aber je nachdem, welches Modell ihr dahinter habt und welche Filter und sonst was, braucht ihr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt immer drauf an, da müsst ihr ein bisschen rum experimentieren. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die gut funktionieren. Also was eigentlich immer irgendwie gut aussieht, sind Wasser und Wasserspiegelungen. Und gut aussehen, damit meine ich, es sieht optisch irgendwie sehr nett aus, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist. Dieser Elefant müsste eigentlich irgendeine Spiegelung im Wasser hinterlassen und nicht bloß so eine Schaum, so eine Gisch um die Beine drumherum haben. Und ja, diese Lichtbrechung durch das Wasser, durch dieses gekräuselte Wasser, das funktioniert bei dieser Bahnmarkierung, die im Boden wahrscheinlich so gekachelt ist, von dem Becken, eigentlich relativ gut. Und das sieht schon irgendwie halbwegs stimmig aus. Wenn das Motiv natürlich jetzt eher realistischer gewählt wäre, nicht Elefant im Schwimmbad, dann könnte man vielleicht, wenn man nicht so genau hinguckt, sagen, okay, gut, das ist wirklich so. Bei den Wasserspiegelungen auf der rechten Seite mit den Bäumen, da, also es ist schon ziemlich gut. Wenn man jetzt wiederum nicht so genau hinguckt, dann würde man sagen, ja gut, Obenbaum im Wasser gespiegelter Baum, das passt schon irgendwie. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken und wirklich vergleichen, wie der Baum, der auf der Insel wächst und die Spiegelung im Wasser aussehen, sieht man beim linken Baum sehr schön, dass das überhaupt nicht zusammengehört. Interessant dabei finde ich, dass dieses Netz gelernt, ja, ich sage einfach jetzt mal gelernt, also dass es grobe zusammengehört, Zusammenhänge aus Bildern gelernt hat, dass es quasi weiß, was zu diesem Stichwort Wasser zu machen ist, dass es da so Spiegelungen gibt, dass das so zu machen ist und dass es so grob hinkommt mit dieser Spiegelung. Also auf der rechten Seite, diese kleineren Büsche da, die finden sich ja auch in der Spiegelung wieder und das ist schon relativ realistisch. Das sieht schon relativ gut aus. Auf der linken Seite ist natürlich mehr Morgs dabei, aber irgendwie ist dieses Konzept von Spiegelung da schon so grob angekommen, auch wenn es nicht physikalisch korrekt ist. Aber es sieht insgesamt irgendwie immer nett aus. Das mit dem Wasser kriegt man auch noch ein bisschen weitergetrieben. Da habe ich auch noch mal Wasser und Glas und Spiegelung ausprobiert. Also es sieht irgendwie gut aus. Solange man jetzt nicht in Details guckt, dass jetzt das Wasser aus der Blüte da rausläuft, sieht das irgendwie sehr, sehr künstlerisch wertvoll aus. Sogar die, was sich da auf dem Tisch, auf der linken Seite wiederum spiegelt, also dieses blaue Wasser, also das Glas, wo blaues Wasser drin ist, das wird ja so beschienen und auf dem Tisch selbst gibt es auch eine blaue Reflexion. Also dieses Konzept ist prinzipiell auch angekommen. Dass bei diesem Blumenvasen links und rechts die Umsetzung von der Spiegelung durch das, oder vielmehr das, was durch das Wasserglas durchscheint, überhaupt nicht stimmt, das sieht man auch. Auf der rechten Seite habe ich das dann noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das spiegelt irgendwie noch viel mehr. Das sieht auf den ersten Blick auch erstmal toll aus. Dabei stimmt der Schattenwurf natürlich nicht von dem Licht, was durch das Fenster kommt und sich auf dem Tisch einmal einen Schatten wirft oder auch spiegelt oder so. Das kommt nicht wirklich hin, aber es sieht erstmal gut aus, solange man nicht genau hinguckt. Das ist prinzipiell auch immer dieses Problem mit diesen Netzen, die generieren irgendwas, was erstmal gut aussieht und hinterher stellt man dann fest, dass das im Detail nicht stimmt, dass da zu viele Finger sind oder vielleicht mal ein Arm zu viel ist oder sowas oder diese Details nicht stimmen. Aber es sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Was auch noch gut geht, sind Haare. Das sieht... Also ich finde erstmal, es sieht gut aus, auch wenn es wiederum ja sehr, sagen wir mal, stylisch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute wirklich so rumlaufen, die für Instagram oder andere Kanäle wirklich solche Bilder machen und dann sehen die Haare auch wirklich so aus. Wobei, wenn wir jetzt wiederum genau hingucken, die beiden Frauen auf der linken Seite, die haben ein kleines Haarproblem. Die teilen sich im oberen Bereich, nämlich den selben Haarbereich. Also die haben da schon so ein Bad Hair Day oder so. Da muss man natürlich bei der Auswahl, wenn man solche Bilder generiert und für irgendeinen Zweck wirklich verwenden möchte, darauf achten, dass das stimmt. Das ist wie diese 105-2-Regel, also zwei Bilder von 100, die werden wahrscheinlich irgendwas generieren, wo das insgesamt stimmt. Und meine Eingabe war denn das hier beziehungsweise das hier. Also die Eingabe ist relativ gleich. Also ich habe hier immer Woman, also Frau. Und hier hinten auch nochmal Man, also Mann nochmal generiert. Und die Unterschiede sind hier Long Hair, Curly Hair, also langes Haar, gelocktes Haar. Und da wollte ich meinen Bart haben. Der Rest davon ist gleich geblieben und das Netzwerk heißt hier Cinematic Diffusion Version 1. Und ja, das ist da rausgekommen. Sieht erstmal gut aus, solange man wiederum nicht nach Details fragt. Jetzt habe ich euch ja sehr viel Informationen mal an die Hand gegeben, damit ihr so grob wisst, worum es geht und was man erwarten kann, was man nicht erwarten kann. Und jetzt kommen wir zum Praxisteil oder zu dem Butter bei die Fische. Welche Hardware und Software benötige ich dafür? Meine Empfehlung ist aktuell wirklich eine Nvidia Grafikkarte. Also nicht, weil ich Nvidia jetzt so super lieb habe, aber weil das einfach viel besser funktioniert. Neben der Nvidia Grafikkarte, so eine halbwegs aktuelle Gamer Grafikkarte, braucht man auch die CUDA Treiber. CUDA ist so eine Schnittstelle, die Berechnung auf die Grafikkarte verlagern kann, die man sonst auf der CPU ausführen müsste. Und auf der Grafikkarte lassen sich einige Algorithmen halt viel, viel schneller berechnen, als wenn ich das auf der CPU machen würde. Allein weil so eine Grafikkarte sehr viele einzelne Kerne hat, die zwar sehr speziell sind, aber es gibt sehr, sehr viele. Das braucht man einmal für 3D-Spiele und Raytracing, aber man kann es eben auch für diese KI-Algorithmen verwenden. Ja, bei den Grafikkarten ist es so, wenn man mehr Geld ausgibt, kriegt man eine bessere Grafikkarte. Da ist dann mehr Grafikspeicher drin. Der Berechnungsschip ist natürlich dann auch irgendwie schneller und besser und toller überhaupt. Und wenn man eher was, ja, also Bezahlbares haben möchte, ich habe so ein Gaming-Notebook, da ist eine RT, was ist das, RTX, ich glaube, RTX 3060 Mobile drin. Die hat nur 6 GB VRAM, also Videospeicher. Das reicht bei mir bis zu einer Auflösung von 1024 mal 768, wenn ich was generiere. Die Grafikkarte kann natürlich viel mehr, aber zum Berechnen von KI-Bildern, da ist bei mir so das Limit mit der Auflösung erreicht. Woanders habe ich gelesen, dass man aber auch schon mit 4 GB VRAM schon was machen kann, gehe ich mal von aus, denn diese Modelle, diese Netze, die sind auch geschrumpft. Also am Anfang waren die kleinen 4 GB groß und die sind jetzt bei 2 angekommen und diese 2 GB Netze, die machen quasi genau dieselbe Arbeit, also generieren genauso gute Ergebnisse wie die anfänglichen 4 GB Dinger oder sogar auch bessere Ergebnisse. Also die Größe bei den Modellen sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob das Ergebnis viel besser ist oder viel schlechter ist. Also ein neueres, kleineres Netz kann deutlich besser sein als ein älteres 4 GB Netz von vor einem Jahr, sagen wir mal so. Man soll allerdings auch schon mit 2 GB VRAM was machen können. Also da wird die Auflösung hier deutlich geringer sein, aber das soll schon möglich sein. Habe ich nicht ausprobiert. Neben den Nvidia Grafikkarten kann man auch eine AMD Grafikkarte einspannen. Die haben sowas ähnliches wie CUDA, also das erfüllt quasi den selben Zweck, das heißt AMD ROCKM oder wie auch immer man das ausspricht, aber das Ganze ist nicht so optimiert, jedenfalls zu dem Stand, den ich kenne. Ich habe da mal nachgelesen, es gibt extra für diese Oberfläche, die ich demnächst auch nochmal zeigen werde, gibt es eine spezielle Konfigurationsanweisung für das ROCKM. Dort braucht man für die Generierung von 512 x 512 Pixel Bildern schon 8 GB VRAM. Ich denke mir, das Ganze wird sich noch deutlich verbessern, dass man größere Bilder darauf generieren kann im selben Grafikspeicher. Und ja, also das ist alles im Moment sehr stark in der Entwicklungsphase. Da tut sich auch noch sehr viel. Also der Stand von vor einem Monat oder vor zwei Monaten kann schon komplett wieder veraltet sein und das kann alles viel, viel besser gehen. Neben den beiden großen Platzhirschen kommt Intel jetzt ja auch so ein bisschen wieder in den Grafikkartensektor, das heißt in Intel Arc. Das soll auch irgendwie damit gehen. Habe ich nicht in der Hand gehabt, habe ich nicht ausprobiert, genauso wie AMD Grafikkarten. Wenn euch das mal interessiert, wie so sich verschiedene Grafikkarten schlagen beim Generieren mit Stable Diffusion. Darum geht das Ganze hier. Also das heißt Stable Diffusion, dieses Netzwerk und darauf aufbauende Software. Kommen wir auch nochmal dazu. Dann könnt ihr bei Toms Hardware dann einfach mal nachgucken. Die haben das da ausprobiert, verschiedene Grafikkarten mal durchlaufen lassen und guckt da einfach mal nach, wenn euch das interessiert. Was ich euch gleich noch zeigen werde, ist wie man das Ganze unter Debian macht. Ich habe mein Gaming Notebook im anderen Raum, damit das hier nicht so rumrührt. Das würde die Aufnahme ein bisschen stören. Und da kann man in Debian 12 ziemlich einfach diese NVIDIA Treiber installieren, die auch CUDA mitbringen. Das Ganze ist jetzt noch nicht so wirklich spannend, aber damit ihr das vielleicht einfach so nachmachen könnt, wenn ihr jetzt auch Debian 12 verwenden solltet, dann könnt ihr das so machen, wie es hier drin steht. Ansonsten bieten andere Distributionen häufig auch so eine Möglichkeit, Grafikkartentreiber nachzuinstallieren, direkt im Installer oder über so ein Kontrollzentrum oder wie auch immer die Distribution das umsetzt. Ihr braucht für CUDA und für diese KI-Berechnung leider den proprietären Treiber, bei NVIDIA auf jeden Fall. Ich meine, bei AMD ist es genauso. Ansonsten habt ihr kein CUDA. Einmal kurz das durchgehen, was ich hier mache. Also in der ETC-APT-Sources-List, da werden die Zweige für nicht freie Software aktiviert. Also standardmäßig könnt ihr die NVIDIA Treiber in Debian nicht installieren. Aber wenn man das in dieser Datei über dieses Kommando anpasst, dann geht es hinterher doch. Dann werden diese zusätzlichen Zweige freigeschaltet. Dann hole ich mir mit apt-update die aktuelle Liste von verfügbaren Paketen. Also von dem Debian-Server zieht sich euer Rechner eine Liste runter. Da steht dann drin, diese Pakete sind in den Versionen verfügbar. Und dann kann ich hinterher das auch installieren. Dann als erstes habe ich mir NVIDIA Detect installiert. Das ist ein Programm, mit dem man gucken kann, wie die Grafikkarte heißt. Und wenn man das Ganze aufruft, bekommt man auch quasi so eine Empfehlung. Ja, du brauchst üblicherweise den Treiber hier aus dem Paket. Und hinterher installiere ich hier so eine Reihe Pakete. Da ist unter anderem der NVIDIA Treiber mit dabei, aber auch CUDA, was wir brauchen für die KI-Berechnung. Hinterher starten wir das System einmal neu, damit beim Hochfahren auch wirklich die NVIDIA Treiber genommen und geladen werden. Und dann sind wir normalerweise durch. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch noch mal an. Das hier ist jetzt dieses Gaming Notebook. Und wenn ich mir da einmal eine... Wo ist es denn hier? Da. Wenn ich mir hier jetzt mal eine Shell hole, dann bin ich erst mal eingeloggt als mein Testbenutzer und versuche ich jetzt einmal hier... Achso, gut. Doch so. Ah, da. Genau, also ich habe hier jetzt ein DBN12 drauf. Und wenn ich jetzt einmal gucken möchte mit meinem N... Ich glaube, das habe ich schon gemacht. NVIDIA Detect. Dann sagt er mir hier, was ich für eine Grafikkarte drin habe. Aber ich habe hier diese... Wo steht es? In Video... Da. Also so ein GeForce RTX 3060 Mobile. Wobei die Mobile Version natürlich schlechter ist, als die, die ihr einen PC einbauen würdet. Und darum hat diese Grafikkarte auch bloß 6 GB Arbeitsspeicher. Also Grafikspeicher. Und das ist so ein bisschen knapp. Aber hier unten steht, welches Paket empfohlen wird, um diese Grafikkarte am besten zu unterstützen. Als nächstes hole ich mir jetzt Root-Rechte mit SU-. Gebe mein Root-Passwort ein. Und gucke mal, ob ich das jetzt eingefügt kriege. Ja, ich kriege eine Warnung dabei. Ist auch in Ordnung. Wo ich jetzt diese Pakete nach installieren möchte. So. Da kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Also, gar nicht so wenig. Was man da alles noch braucht, wenn man diese CUDA-Unterstützung haben möchte. Und vor allem auch dieses CUDA-Dev. Also für Development, die Entwicklung von, ja, beschleunigten Anwendungen, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt dafür. Aber, falls ich doch noch mal was kompilieren möchte, mit CUDA-Unterstützung, habe ich das alles schon mal da. Und dann dauert das Runterladen bei meiner Verbindung hier schon über drei Minuten. und das Entpacken hinterher auf, genau, so viel laden wir runter und hinterher, huiuiui, da kommt was zusammen. Also, sieben, über sieben Gigabyte Platz braucht das Ganze. Von daher mache ich erst mal eine Pause und, ja, gibt es eine Animation oder so. Das Installieren davon ging jetzt doch relativ zügig. Ich habe zwar nebenbei jetzt schon mal ein bisschen am Video geschnitten, aber es hat jetzt nicht ewig gedauert, jedenfalls auf der Hardware, die ich dort habe. Damit haben wir jetzt erst mal die Nvidia-Treiber. Für AMD müsst ihr irgendwas anderes machen. Da ich es selbst nicht machen kann, kann ich es euch auch nicht zeigen, wie das geht. Und nachdem wir quasi die Grundlage gelegt haben, brauchen wir irgendwas, damit wir diese Netzwerke, diese künstlichen neuronalen Netze auch wirklich verwenden können. Es gibt verschiedene Oberflächen. Ich würde euch empfehlen, die Stable Diffusion Web UI zu nehmen. Die ist zwar insgesamt etwas komplizierter, aber man kann sehr viele tolle Sachen damit machen. Wenn ihr komplett verwirrt seid, dann könnt ihr auch Easy Diffusion verwenden. Ja, also der Link befindet sich in den Folien. Könnt ihr nachgucken oder das ausprobieren. Aber wie gesagt, ich würde eher das hier empfehlen, weil es viel, viel mehr kann. Und wenn man sich so ein bisschen damit arrangiert hat, dass es sehr viel gibt, weiß man irgendwann auch, naja, die Option kann ich komplett alle ignorieren. Mich interessiert jetzt bloß dieser eine Punkt hier. Wir brauchen erst mal ein paar Pakete, also als Abhängigkeiten, damit man das Ganze überhaupt installieren kann. Also VGAT, ein Programm zum Runterladen, Git, dieses Programm, um Quelltexte zu organisieren und auch runterzuladen. Dann Python und die Virtual Env dazu. Das brauchen wir auch, denn die Oberfläche ist in Python geschrieben. Dann laden wir erst mal dieses Skript runter, womit man diese Oberfläche installieren kann. Relativ langes Skript, was eine Menge einrichtet. Ihr habt auch quasi nicht wirklich was damit großartig einzustellen oder sowas. Das Skript wird dann erst mal gespeichert unter dem hier, unter der Datei und dann könnt ihr es aufrufen. Normalerweise wird alles in eurem Homeverzeichnis installiert. Also das Stable Diffusion Web UI, das wird da drin installiert und die Netze kommen da rein und alles andere auch. Und das kann relativ groß werden. Es gibt einen Parameter, den man bei dem Installieren mitgeben kann. Man kann hier Install unter Strich Dirr angeben und dann sagen, ich möchte das jetzt auf vielleicht Media SSD haben. Wenn ihr eine große weitere SSD habt, wo richtig viel Platz drauf ist, dann könnt ihr das da angeben. Bash ist dieser Interpreter, der das Skript ausführt und das ist halt das Skript selbst. Das habe ich jetzt bei der richtigen Installation so ungefähr gemacht. Also nicht das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, weil ich dann eine zusätzliche SSD drin habe, wo Platz drauf ist und in meinem Homeverzeichnis habe ich halt nicht so viel Platz. Könnt ihr machen, wie ihr es braucht. Wenn ihr viel Platz in eurem Home habt oder das ist eh dasselbe Laufwerk, wo alles drauf ist, dann macht ihr nur diesen Teil, wie ich das jetzt auch gleich machen werde. Hier kopiere ich mir einfach das da rein, was dort einfach so in der Folie schon mal drin stand. Ein paar Pakete muss ich noch nachinstallieren. Das W-Gate, das ist schon vorhanden und einmal bestätigen. Ja, dann kommen noch ein paar Pakete dazu und irgendwo steht es auch, da brauche ich 12,3 MB nochmal oben drauf. Das ist relativ wenig im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Und das weitere Installieren, das mache ich als mein normaler Benutzer und jetzt drücke ich STG und D und dann bin ich als Root-Benutzer abgemeldet und bin jetzt wieder mein Testbenutzer. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich hin und wieder mal anfange zu flimmern, das ist die Sonne und da ich nicht weiß, wie viele halbwegs sonnige Tage es in diesem Jahr überhaupt noch gibt, wollte ich jetzt heute mal die Sonne nicht ausschließen. Aber ich denke mal, es ist soweit alles zu erkennen und der wichtige Teil, der befindet sich ja eh dort und es geht ja nicht unbedingt um mich. Soviel dazu. Also jetzt bin ich wiederum mein Benutzer-Test hier und jetzt kann ich dort einfügen, was ich haben möchte, mein Kommando hier, um dieses Skript runterzuladen und, ach, wir gucken da einmal kurz rein. Eigentlich gebe ich ja immer als Empfehlung, guckt in Sachen, die ihr aus dem Internet runterladet, immer rein, was da drin steht, damit da nicht irgendwelche bösartigen Sachen drin sind. Das überfliege ich üblicherweise, um, ja, vielleicht so grobe Probleme zu sehen. Also ich kann natürlich auch was übersehen, aber das würde ich euch auch immer empfehlen. Einfach nochmal einen Blick reinwerfen, dass da nicht steht, sowas wie R, M, Minus R, alles. Das würde alles quasi löschen oder wenn da irgendwas formatiert wird oder sonst irgendwas, das kriegt man vielleicht noch gelesen und bei anderen Sachen wird es schwieriger. Ja, was ich hier jetzt gerade nochmal sehe, also da werden, also einmal Informationen abgefragt über die Grafikkarte und es scheint jetzt wohl so zu sein, dass hier für AMD-Grafikkarten wirklich was Spezielles runtergeladen wird, was für ROG M, also für diese quasi CUDA-ähnliche Variante gebraucht wird, runtergeladen wird. Das ist gut. Also das ist schon irgendwie berücksichtigt, aber ich kann es halt nicht ausprobieren. Ja, dann, ähm, ja, viel Statusausgaben sind dabei. Ja, genau. Also grob durchgescrollt. Ich habe da jetzt nichts Bösartiges gesehen, von daher werde ich das jetzt einfach mal machen. Und da ich in diesem Testfall hier auch nichts weiter angeben möchte, wo das installiert wird, mache ich bloß hier Bash und der Name von der Skriptdatei. Genau, dann wird hier ein bisschen was runtergeladen und jetzt läuft das erstmal ein bisschen. und da werden verschiedene Python-Module runtergeladen und irgendwelche Erweiterungen dafür und, ja, das dauert jetzt einfach ein bisschen. Wenn das Ganze jetzt doch nach einiger Zeit durchgelaufen ist, dann öffnet sich auch sofort ein Webbrowser, ja, in meinem Fall ist das jetzt der Firefox, mit dieser Oberfläche, die, ähm, ja, diese Stable Diffusion Web UI Oberfläche ist und das Ganze ist jetzt schon fertig eingerichtet und dabei kommt mit ein, ähm, ähm, ich würde sagen eher schlechtes Netz, also das ist, ähm, das offizielle Stable Diffusion 1.5 Netz. Das macht eher hässliche Bilder, ähm, und, ähm, ja, also es macht eher hässliche Bilder, sagen wir es einfach, also nennen wir es so, wie es ist. Es gibt deutlich bessere, aber wenn ihr, ähm, einfach mal sofort damit losspielen möchtet, könnt ihr das so machen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe jetzt diese Parameter genommen, die, ähm, ich auch zum Generieren von diesem Bild, was ganz am Anfang war, von, ähm, ja, worum es bei meinem Vortrag geht oder wie der Titel davon ist, das ist Penguin Beautiful Fairy Tale Landscape, also Pinguin Bild mit, ähm, ja, einer wunderschönen Feenlandschaft, also so ein bisschen Fantasy-Zeugs wollte ich dabei reinhaben. Das hier ist mein positiver Prompt. Ich könnte jetzt bei negativ auch noch was eingeben, das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Dann, was auch noch wichtig ist, ist hier die Anzahl dieser Sampling Steps, also wie viele Iterationen ich haben möchte, dass, ähm, dieses Bild immer so ein bisschen, äh, verbessert wird. Das haben wir ja gesehen, wie das ist, also, äh, wo bei diesem Haus im Wald so Bestandteile auch ausgetauscht wurden. Das haben sie jetzt hier auf 20 festgelegt. Ich würde das jetzt erst mal so lassen. Diese Version ist der andere, als die ich normalerweise verwende. Meine ist ein bisschen älter, müsste ich vielleicht mal aktualisieren, um wirklich alles da reinzukriegen. Ähm, die 20 lasse ich jetzt mal bei. Dann gibt das hier noch, äh, Sampling Method. Da wird jetzt hier, äh, diese Variante gewählt, die beeinflusst irgendwie noch, wie diese Verfeinerung stattfindet oder so. Also, damit kann man dieses Bild, was generiert wird, auch noch beeinflussen. Es gibt, äh, Methoden hier, die irgendwie schneller sind oder langsamer sind oder sich eher eignen für Fotos oder sonst irgendwas. Ich würde es jetzt auch mal dabei lassen, bei dem, was hier, äh, so eingestellt ist. Dann haben wir hier natürlich noch die Auflösung, also Breite und Höhe, 400 mal 600. Das war jetzt dieses Bild, was ich generiert habe. Und wir können jetzt mehrere, ähm, Bilder generieren lassen. Also bis zu 100 Stück kann man, ähm, in so einem Durchrutsch generieren lassen. Dann läuft das Ganze natürlich relativ lange. Und wir können hier bei der Batch Size auch sagen, wie viele quasi in so einem, ähm, also die werden zwar nacheinander generiert, aber die gehören schon zusammen. Also wenn man das jetzt auf 8 hochdreht, würde man hinterher 800 Bilder kriegen. Und, äh, diese Batch Size, ähm, die muss man je nachdem auch so ein bisschen anpassen, was für ein Motiv man hat, wie groß die Auflösung ist, die generiert wird. Ähm, auch die Stichworte zählen da mit rein. Wenn man mehr Stichworte hat, braucht das auch wieder mehr Grafikspeicher. Das kann man so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen variieren. Und wenn, äh, irgendwann, äh, so eine Fehlermeldung auftaucht, der Grafikspeicher ist voll, die kommt dann normalerweise hier unten, dann kann man auch das weiter runterdrehen. Wenn wir jetzt mal ausprobieren und wirklich bloß zwei Bilder insgesamt generieren möchten, einfach mal so einstellen und, ähm, dann gucken wir einmal, was uns da so erwartet. Hier steht dann auch drin, wie lange das dauert und was, ja, genau, also wie lange das dauert und was hinterher dabei rauskommt. Zwei Bilder sind generiert worden. Damit geht das relativ zügig in der Auflösung, größere Auflösung, längere Rechenzeit, mehr Bilder erstellen, dauert natürlich auch länger. Dann kann ich hier draufklicken und dann kriege ich nochmal hier diese beiden generierten Bilder da angezeigt und groß. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Was mich jetzt noch kurz irritiert hatte, war, äh, in der Version, die ich normalerweise verwende, die jetzt auch schon, ähm, ja wohl wieder ein bisschen älter ist, äh, gibt es hier noch so einen, ähm, Punkt, wo man anhaken kann, dass man Gesichter über ein zusätzliches Netz, äh, korrigieren möchte. Das gibt es hier nicht mehr. Das ist jetzt standardmäßig wohl aktiv. Also wenn ich jetzt auf Settings gehe und hier Face Restoration, also Gesichter, Wiederherstellung nehme, ist das schon mal aktiv. Denn das andere, das, ähm, ergibt keine guten, ähm, Resultate, wenn man das nicht automatisch macht. Und darum haben sie es jetzt einfach, äh, aus dem anderen Dialog komplett rausgenommen. Es ist standardmäßig aktiv. Also von daher wird das, ähm, ist es ein bisschen einfacher geworden. Im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang gezeigt hatte, äh, ist das eher nicht so toll. Aber bei diesem Netzwerk, dieses, ähm, Stable Diffusion Netzwerk Version 1.5, äh, da erwarte ich auch nicht so wirklich viel von. Doch bevor ich euch jetzt verrate, wo ihr richtig tolle Netze herbekommt und, ähm, was man damit noch machen kann und so weiter und so fort, äh, erst mal so ein bisschen Netzkunde. Ähm, es gibt nämlich verschiedene Dateitypen, die, ja, für verschiedene Zwecke benutzt werden. Das ist jetzt so ein bisschen so Vokabellernen. Diese einzelnen Punkte und Vokabeln, die kommen immer wieder vor. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn ihr jedenfalls grob wisst, worum es dabei geht. Und in dem Zweifelsfall könnt ihr noch mal nachschauen. Also wir haben einmal die Dateiendung .pt, das nennt sich Pickle Tensor und das ist ein fertig trainiertes Netz und dieses P, das ist PyTorch, das ist so eine, ja, häufig verwendete Variante von diesen Netzen, die, ja, ein spezielles Format hat und das ist fertig trainiert. Diese Datei ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass man da weitere Iterationen mit zusätzlichen Bildern noch mal drauf rechnen lässt. Das ist quasi so das Endprodukt. Neben diesem PT gibt es, ich denke mal, eigentlich eine bessere Variante, das heißt Punkt Save Tensors. Das ist ein, also Selbstdarstellung, ein einfacheres und schnelleres Format zur Speicherung von Tensoren. und Tensoren sind Vektoren. Das ist wiederum die Mathematik, die dahinter ist. Also es sind ganz viele Zahlen, die da letztendlich drin sind, die in, ja, das sind Vektoren. Also, ihr könnt ja eigentlich ignorieren, das ist eigentlich unwichtig. Genau, also das ist quasi die bessere Variante. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine PT-Datei oder eine Save Tensors-Datei zu kriegen, nehmt am besten die hier. Dann gibt es noch die Endung Punkt C, K, P, T. Das ist der Checkpoint. Das ist ein Zwischenstand. Also, das Training ist vielleicht noch nicht abgeschlossen, aber jemand meinte jetzt, dieses Netz macht schon gute Bilder oder Bilder, die gut genug sind und hat das mal veröffentlicht. Und man kann damit jetzt Bilder generieren, wie mit einem abgeschlossenen Netz, also wie mit so einem oder mit so einem. Aber man kann das weiter trainieren mit zusätzlichen Daten, zusätzlichen Iterationen. Und, ja, das geht damit wohl irgendwie besser als mit den Netzen hier, die dafür einfach nicht gedacht sind. Diese grundlegenden Dateitypen, die werden ja auch für irgendwas gebraucht. Dieses Stable Diffusion Web UI, das hat verschiedene Verzeichnisse, in denen diese Dateien abgelegt werden. und die haben verschiedene Anwendungszwecke. Da haben wir einmal dieses Modelsverzeichnis und Unterverzeichnisse. Und dieses erste hier, das beinhaltet Netze, um Gesichter zu korrigieren, wo dieses Hauptnetz häufig kaputte Gesichter generiert. Und dieses Netz hier oder eins von diesen Netzen zieht das denn insofern glatt, dass da wieder ein normales Gesicht bei rausfällt. Dann haben wir hier Hypernetwork. Das sind diese Anpassungen, die, ja, einmal dieses Hypernetwork selbst und dieses Textual Inversion, womit ich dieses Hauptnetz anpassen kann. Also diese Gewichtungen, diese Vektoren, Tensoren und dieses ganze Zeugs, was in diesem Hauptnetzwerk statisch drin ist, kann ich mit zusätzlichen Parametern von diesem Überlagerungsnetz anpassen, um damit irgendwelche Objekte besser darzustellen oder um die überhaupt darstellen zu können. Dann haben wir hier noch weitere Netze, die man dazu packen kann, die dienen der Bildverbesserung. Also es gibt Netze, die Bilder hoch skalieren. Wenn ihr wenig Grafikspeicher habt, könnt ihr in einem kleineren Format ein Bild generieren lassen. Und dieses spezielle Netz rechnet das einfach hoch. Da gibt es spezialisierte Netze, die für, ja, für Comics und für Mangas sind, die dafür besonders gut sind oder welche, die für Fotos besser sind und die Resultate, die sind, naja, also wenn man es nicht übertreibt und nicht so genau hinguckt, sind die schon okay, aber nicht wirklich super. Also wenn ihr genügend Arbeitsspeicher habt, ist es, obwohl so generell kann man es auch wiederum nicht sagen, also eine höhere Auflösung eines Bildes kann dazu führen, dass es das Objekt, was ihr vielleicht einmal haben möchtet, mehrfach vorkommt. Also wenn ihr jetzt eine Person haben möchtet und in eurem 512x512 Bild wirklich nur einmal vorkommt und ihr denkt, naja, an sich ist das schon so ganz gut und irgendwie was ähnliches hätte ich jetzt gerne in höherer Auflösung und wenn ihr das jetzt vielleicht 1024x1024 machen würdet, dann habt ihr auf einmal eine Menschengruppe und wollt das eigentlich gar nicht. Aber es kommt wiederum sehr aufs Motiv drauf an, was jetzt besser ist. Also müsst ihr rumprobieren, was bei euch geht, eventuell diese hochskalierenden Funktionen nutzen oder einfach größere Auflösungen rechnen lassen. Das kann alles funktionieren. Das ist ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Erfahrung irgendwann, wie diese Parameter am besten zu setzen sind und so weiter und so fort. Also ihr müsst da wirklich ein bisschen Zeit investieren, einmal Rechenzeit und auch Zeit für das Rumexperimentieren. Aber das macht auch Spaß zum Teil, wenn man nicht unter Zeitdruck ist und schnell was haben möchte. Dann haben wir als letztendlich wichtigsten Punkt, kriege ich Streifen, ich kriege heute keine Streifen, das hatte ich auch schon mal im Video. Als wichtigsten Punkt gibt es dieses Verzeichnis, da kommen wirklich diese Netze für die Bildgenerierung rein. Dieses Stable Diffusion 1.5 Netz, was da direkt runtergeladen wird, mitgeliefert wird, ist nicht so gut. Da kann man in dieses Stable Diffusion Verzeichnis quasi kompatible Netze reinpacken und die anstelle von dem Mitgelieferten verwenden, um deutlich bessere Ergebnisse zu kriegen. Und dann haben wir am Ende noch dieses VAE. Das ist die Beschreibung, die ich hier so zusammengebastelt habe. Die ist irgendwie sehr technisch und mathematisch und letztendlich liegt die so einen Basisstock oder so eine Basis an Werten, die für die Netze, die darauf aufbauen, praktisch sind. Also das ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Schichtkuchen. Also das ist diese Basis, die ist VAE. Und wenn da gute Parameter drin sind, dann kann man andere Netze da drüber packen und dann kriegt man bessere Ergebnisse. Aber das, was da mitgeliefert wird, dieses Grund, dieser Grundsatz an Parametern, der ist schon ganz okay. Da würde ich jetzt auch nicht großartig dran rumrühren. Und ich glaube, das habe ich auch irgendwo, oder habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube, das habe ich so noch nicht gesehen, dass da wirklich an diesen Grundparametern was geändert wird, um vielleicht ganz tolle Bilder rauszukriegen. Dann noch ein paar Begriffe dazu, verschiedene Arten von Netzen. Also es gibt einmal hier Prune. Das ist so ein Netz, was gesäubert ist, aus dem Teile rausgenommen werden von Gewichtungen, von diesen Zahlen, die für das Ergebnis nur eine sehr geringe Rolle spielen oder auch gar keine. Also beim Training, da wird ja sehr viel in dieses Netz reingepackt und sehr viele Zahlen generiert und immer wieder angepasst und optimiert und sonst irgendwas. Aber unter diesen ganzen Zahlen gibt es auch so Gruppen von Zahlenbereichen, die eigentlich auf die Ausgabe beim Generieren von Bildern fast keine Auswirkung haben. Und die werden bei so einem Prune-Netz einfach entfernt. Vorteil dabei ist, man braucht weniger Speicher in dieser Datei und man braucht auch weniger Grafikspeicher und ich glaube, die rechnen auch schneller. Das gibt auch noch immer Exponential Moving Average, also exponentieller gleitender Durchschnitt, auch wieder sehr mathematisch. Und das ist ein Netz, was einen Zwischenstand hat, der anders als diese Pruned-Netze dafür gedacht ist, dass man dieses Training wieder aufnehmen kann. Also es ist dieses, was wir schon hatten, so ein Checkpoint und da gibt es den EMA noch als Begriff dafür. Lasst euch davon aber auch nicht wirklich verwirren. Das kann euch egal sein. Wenn es die Variante gibt, einmal hier so ein Pruned-Netz oder so eins, dann nehmt das hier, wenn ihr bloß Bilder generieren wollt. Und wenn ihr trainieren wollt, dann greift eher zu dem. Dann haben wir noch die Textural Inversion Style Embedding. Damit kann man zusätzliche Konzepte erfassen, also neue Objekte in einem kleinen Netzwerk trainieren. Und das kann man auch zu Hause machen. Und das kann man über das größere, von euch quasi nicht zu trainierende Netz drüberlegen. Und dann kann dieses kombinierte Netz Dinge tun, die das Ursprüngliche nicht kann. Dann haben wir noch Hyper-Network. Das ist so ähnlich wie das hier. Funktioniert ein bisschen anders. Beeinflusst auch die Ausgabe von den Bildgeneratoren, um da neue Objekte oder Stile von irgendwas unterzubringen. Dann haben wir noch hier Lora. Das sind kleinere und schnellere Netze. Wir hatten ja schon gesehen, dass dieses mitgelieferte Stable Diffusion 1.5 Netz nicht so toll ist. Und wo bekommt ihr jetzt bessere her? Aus dem Internet natürlich, das ist klar. Man kriegt zum Beispiel von dem Hersteller, also Hersteller, der Verein oder diese Organisation, die Stable Diffusion und weitere KI-Systeme entwickelt, trainiert, direkt, also von hackingface.co. Und wenn man jetzt so diese URL hier nimmt und nur nach Stable Diffusion sucht, kriegt man da so einige Netze direkt runtergeladen. Also kann man kostenlos runterladen und nutzen. Daneben gibt es auch noch civitai.com, also Bürger, künstliche Intelligenz, mit sehr vielen Dingen. Da muss man sich anmelden, also registrieren, kann man kostenlos machen. Und dann kann man sehr viele von diesen Netzen runterladen und auch nutzen. Oder wenn man selbst Netze trainiert haben sollte, kann man die dort auch wieder hochladen, um die der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da gibt es üblicherweise auch Beispielbilder, sodass man sofort sieht, aha, dieses Netz kann irgendwas besonders toll. Und bei einigen von den Bildern steht auch dabei, mit welchem Prompt und mit welchen Parametern dieses Bild generiert wurde. Diese Seite ist allerdings nicht unbedingt jugendfrei. Die fällt zwar standardmäßig mit so einem Filter raus, sodass man nicht unbedingt nackte Menschen sieht in den generierten Bildern, aber das ist durchaus vorhanden. Im Gegensatz zu dem, was von Hugging Face kommt, da werden auch Netze vorgestellt, aber da sieht man keine nackten Menschen, auch wenn diese Netze das theoretisch alle können. Also es können sehr viele prinzipiell. Diese Prompts bestimmen ja, was dabei rauskommt, wie wir eigentlich schon mehrfach hatten. Es gibt positive und negative Prompts. Und wenn ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen möchtet, gibt es bei Hugging Face einen Satz mit verschiedenen Prompts, wo ihr einfach mal gucken könnt, was da so möglich ist. Und neben diesen Angaben, die ihr machen könnt, also die könnt ihr irgendwie mit Komma trennen oder ich mache das auch manchmal mit Punkten. Ich glaube, das macht nicht so wirklich einen Unterschied. Könnt ihr auch Prioritäten für einzelne Bestandteile in eurem Prompt festlegen? Wenn ich jetzt nun möchte, dass der Pinguin sehr hoch gewichtet ist oder höher gewichtet wird als normal, mache ich da eine runde Klammer drumherum, schreibt er denn Penguin oder ich kann auch andere Sachen noch mit dazu packen und dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt die Wahrscheinlichkeit, also die Priorität, die ich haben möchte. Und wenn ich jetzt 1.5 nehme, dann wird die Wahrscheinlichkeit, die normalerweise mal 1 beträgt, um 50 Prozent angehoben. Also ich kann ja auch größere Werte reinschreiben, aber das sollte man eher behutsam machen, nicht irgendwie sowas wie 100 reinschreiben oder so, dann kriegt man bloß ja sowas wie so ein Schneegestöber oder so Nebel. Damit kann das Netz nicht umgehen. Also relativ behutsam diese Parameter anpassen, einfach mal ausprobieren. Denn wenn ihr in eurem positiven Prompt irgendwas angeht, was ihr hundertprozentig drin haben wollt und dieses blöde Netz generiert alles mögliche, aber nicht dieses eine, was euch wichtig ist, dann probiert das mal mit der Anhebung von der Priorität, damit es auch wirklich vorkommt. Und nach diesen eher grundlegenden Dingen, was geht denn noch? Auch mit eher moderaten Hardwareanforderungen könnt ihr zusätzliche Dinge noch machen, um die Bilder anzupassen, die generiert werden. Da gibt es eine Technik, die Inpainting heißt. Also ihr lasst in ein vorhandenes Bild neue Dinge reinmalen beziehungsweise natürlich generieren, wo ihr irgendwie ein Objekt mit reinsetzen könnt, was in dem Ursprungsbild nicht drin ist. Das könnt ihr entweder mit den Bildern machen, die in einer vorigen Runde schon generiert wurden oder ihr könnt da wohl auch irgendwo ein Foto hochladen, direkt über die Oberfläche und da was reingenerieren lassen. Das Netze mischen, das hatte ich ja schon mal angerissen. Das gucken wir uns gleich auch noch mal kurz an. Fangen wir mal mit dem Inpainting an. Also hier sind ja unsere generierten Bilder und ich kann mir jetzt hier eins aussuchen oder beide nehmen. Wenn ich jetzt das hier mal nehme, dann kann ich hier unten drauf klicken und da steht sowas Send Image and Generation Parameters to IMG to IMG Tab. Das mache ich hier. Jetzt ist dieses Bild weitergerutscht in den anderen Bereich, also IMG to IMG, also Bild zu Bild Transformationen. Und vorher waren wir hier drin, also Text zu Bild. Und da haben wir es in voller Schönheit und dann klicke ich hier unten drauf Inpaint Sketch und da haben wir es einmal. Und jetzt kann ich hier mit diesem weißen Dings Bereiche markieren, die ich nicht haben möchte. Also dieser Pinguin oder diese Pinguin-Elfe da, die fand ich irgendwie so ein bisschen suspekt. Wenn ich da jetzt einfach mal so drüber gehe, da ist auch noch ein bisschen. Also man muss das auch nicht so exakt machen, aber je nachdem, was man da rein generieren möchte, macht man das mehr oder weniger schön. So, und jetzt kann ich hier unten noch auswählen, was ich machen möchte. Ich möchte an den Stellen reinmalen lassen oder generieren lassen, die ich jetzt maskiert habe. Und dann kann ich hier noch sagen, Original oder, ja, habe ich auch mal ein bisschen mit rumgespielt, mit diesen einzelnen Parametern. Damit kann man das Ganze noch deutlich beeinflussen. Viele von diesen Parametern haben wir schon gesehen, aber es kommen auch noch neue mit dazu. Da müsst ihr einfach mal mit rumspielen, wenn ihr das machen möchtet. Und jetzt habe ich hier oben auch wiederum so ein Prompt. und wenn ich jetzt oder ich mache jetzt einfach mal ich glaube, so ist das. Also das wäre jetzt die Möwe auf Englisch und jetzt lasse ich da mal was generieren. Mal schauen, ob da jetzt eine schöne Möwe reinkommt. Das sieht dann so aus. Naja, prinzipiell Möwenartig schon, aber wiederum dieses mit 100 generieren. 5 sind so okay und von diesen okay gibt es 2, die wirklich gut sind. Das ist hier genauso. Und wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen hochdrehe und ich sage mal 5, dann haben wir insgesamt nachher 10 Bilder. Generiere ich einfach mal. Vielleicht ist bei diesen 10 ja schon irgendwas halbwegs brauchbares mit bei. Mal gucken. Kann aber auch daneben gehen. Eventuell muss ich auch diesen Bereich, den ich hier maskiert habe, auch so ein bisschen größer wählen, damit an die Stelle auch eine Möwe besser reinpasst. Allein von der Form her. Vorher war es ja dieses eher verunglückte mit Pinguin und Fee. Und ja, vielleicht gibt es da noch was Schöneres. Aber einfach ausprobieren. Das ist auch ein, also nicht nur für das Programm selbst, sondern auch für euch so ein iterativer Prozess. Das sieht ja schon halbwegs ordentlich aus. Ja gut, im Detail. Von dem Inpainting zur nächsten Möglichkeit, die relativ einfach noch ist. Da haben wir den Checkpoint Merger. Da können wir mehrere Netze zusammenpacken. Ich wähle jetzt hier, ich habe bloß zwei Netze, also von daher nehme ich einmal dieses Stable Diffusion 1.5 Netzwerk, das aus. Und als zweites möchte ich mein Deliberate dazu haben. Und dann kann ich noch hier festlegen, wie jetzt die Gewichtung zwischen den einzelnen Netzen ist. und das bezieht sich jetzt aktuell auf drei Netze und ich habe bloß zwei hier vorgegeben und 0,3 fürs Erste finde ich ganz okay. Also dieses Stable Diffusion Netz, was da drin ist, ist nicht so toll, aber vielleicht hat es ein paar Eigenschaften, die es Deliberate Version 2 Netz noch ergänzt, damit es insgesamt besser ist. Jetzt können wir noch Namen festlegen. Ich nenne das einfach mal Kombi. und dann sage ich hier unten Merge. Dann dauert das ein bisschen, aber wir sind da jetzt schon fertig. Also mit Trainieren von so einem Netz, da sind wir eher mit Tagen dabei, selbst wenn wir es irgendwo kaufen. Und nachdem wir das gemacht haben, taucht es hier oben auch gleich auf. Wenn ich jetzt nochmal mein ursprüngliches hier probiere und das Kombi-Netz auswähle, dann wird das wieder geladen, dauert auch wieder, geht aber doch relativ zügig. Und wenn ich jetzt hier nochmal zwei Stück generieren lasse, mal gucken, was aus diesem Kombi-Netz hinterher rausfällt. Boah. Also, das ist nochmal ein Gruß. Das vereint jetzt ja Eigenschaften von diesen beiden Netzen. diese, also eigentlich ist, also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Auch, ja gut, das hier, keine Ahnung, was das sein soll, aber irgendwie, also es hat schon was. Und je nachdem, welche Netze man miteinander kombiniert, können da ganz interessante neue Dinge bei rauskommen. Zum Thema Hyper-Networks, da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Da habe ich mir hier bei dem Download Hyper-Network zwei verschiedene Sachen runtergeladen. Einmal so ein Stil für Herbst und für Winter. die verschiebe ich dann auch gleich einmal an den richtigen Ort. Models und dieses Mal Hyper-Networks klein. So, da habe ich jetzt meine Pickel-Tensor-Dateien drin. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, einmal Refresh mache, dann habe ich die beiden auch da drin. und die kann ich jetzt aktivieren. Also klicke ich bloß hier drauf und dann steht das da oben drin als zusätzlicher Teil von meinem Prompt. Kann ich natürlich auch paar Hände so reinschreiben oder ich klicke das hier an. Dann generieren wir noch mal was Neues. Mal gucken, was da jetzt so herbstmäßiges bei rausfällt. Ich finde, der Herbst ist ein bisschen frostig. Also so richtig herbstlich ist es nicht, aber es hat sich schon deutlich verändert im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Also über diese Hyper-Networks, die ihr auch runterladen könnt, könnt ihr wirklich den Bildeindruck nochmal sehr stark anpassen mit diesen Stil-Dingen. Also es gibt Netze, die wirklich diese Stile machen oder auch zusätzliche Objekte wie den Panda, den ich wahrscheinlich schon mehrfach erwähnt habe, den mit einbetten. Das geht darüber. Dann noch so ein paar Tipps dazu, wenn ihr wirklich wenig Video-Speicher habt, also Grafik-Speicher, dann könnt ihr diese Web-UI-Oberfläche mit diesem Parameter hier starten. Dann wird der Grafik-Speicher irgendwie anders eingeteilt. Also bei mir hat es geholfen. Dann konnte ich größere Auflösungen berechnen lassen. Oder falls das nicht klappt, dann reduziert die Auflösung. Da könnt ihr euch rantasten und quasi das Optimum rausholen, was eure Grafikkarte zulässt. Bei mir sind das mit 6 GB Video-Speicher eben diese 1024 x 768. Und die Länge des Prompts bestimmt auch, wie viel Speicher gebraucht wird. Also kürzer braucht theoretisch weniger. Und dieses Hochskalieren hinterher, das braucht auch nochmal wieder Speicher. Dann die Batch-Größe. Wählt ihr einfach kleiner, wenn das nicht passt. Oder ihr könnt auch ein kleineres Basisnetz verwenden. Also wenn jetzt hier ihr so ein 4 GB Netz runterladet, womit das irgendwie nicht funktioniert mit eurem Grafik-Speicher, dann könnt ihr auch ein kleineres nehmen, wie die Deliberate Version 2. Das sind jetzt bloß noch 2 GB. Das 1er waren glaube ich noch 4. Und wenn ihr zusätzliche Funktionen aktiviert, also wie die Hypernetworks oder Textual Inversions, die brauchen auch wieder Speicher. Also jedes kleine bisschen an Qualität, Zusatzfunktionen braucht nun mal Speicher. Und beim Training, da müsst ihr das nehmen, was bei euch reinpasst. Bei mir ist es jetzt das hier. Wenn ihr mehr Speicher habt, könnt ihr eine größere Auflösung verwenden. Wenn ihr weniger habt, weniger. Das Thema KI begleitet mich jetzt schon so ein bisschen länger. Da gibt es verschiedene Videos und Livestreams von und mit mir. Da könnt ihr einfach mal gucken. Zum Beispiel bei der Jean und Hauke Show. Da hatten wir eine Sendung, wo wir denn mal ausprobiert haben, KI auf dem eigenen Rechner. Da geht es zwei um sowas Indies wie Chat GPT, das heißt GPT for All, um Texte auf dem lokalen Rechner zu generieren. Guckt da einfach mal rein. Oder ein Vortrag, den ich für den Kunden gemacht habe, live vor Ort und das auch aufgezeichnet habe, ist ein ziemlich umfangreicher Vortrag, wo auch Teile hier schon mit drin sind. Das habe ich so ein bisschen recycelt. Da gehe ich noch sehr viel in Details rein. Künstliche Intelligenz zwischen Faszination und Ernüchterung. Könnt ihr angucken. Auf meiner Projektseite ist das alles mit drin. Über den Link hier könnt ihr es euch direkt angucken. Oder ein bisschen humoristischer, wo ich GPT for All verwendet habe, um mir Kochrezepte für Lasagne generieren zu lassen. Und das ist durchaus witzig, was dabei rauskommt. Also eine Folge, wo ich sehr viel Spaß bei hatte, die aufzunehmen, weil das einfach irgendwie witzig ist. Vielleicht ist das für euch auch zu albern. Dann guckt das bloß nicht. Also das ist nicht so ganz ernst zu nehmen, aber es ist schon irgendwie witzig. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Mal. Natürlich weiterhin viel Spaß bei den Kilo Open Source und Linux Tagen, wenn sie noch laufen sollten. Und natürlich abonniert meinen Kanal. Alle Informationen zu dieser Folge, zu diesem Video, also die Folien, die ich gezeigt habe, gibt es unter weisheit.gosshabermann.de. Da gibt es aber auch noch viel, viel mehr zu weiteren Projekten, die ich zum einen beruflich mache und auch privat Dinge, die mich einfach so interessieren. Und das Ganze ist der Linux und Open Source Bereich. Und ja, guckt einfach mal vorbei. Abonniert mich vielleicht bei YouTube oder bei Peertube. Und ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Dann noch so ein paar Tipps dazu. Wenn ihr wirklich wenig Video-Speicher habt, also Grafik-Speicher, dann könnt ihr diese Web-UI-Oberfläche mit diesem Parameter hier starten. Dann wird der Grafik-Speicher irgendwie anders eingeteilt. Also bei mir hat es geholfen. Dann konnte ich größere Auflösungen berechnen lassen. Oder falls das nicht klappt, dann reduziert die Auflösung. Da könnt ihr euch rantasten und quasi das Optimum rausholen, was eure Grafikkarte zulässt. Bei mir sind das mit 6 GB Video-Speicher eben diese 1024 x 768. Und die Länge des Prompts bestimmt auch, wie viel Speicher gebraucht wird. Also kürzer braucht theoretisch weniger. Und dieses Hochskalieren hinterher, das braucht auch nochmal wieder Speicher. Dann die Batch-Größe. Wählt ihr einfach kleiner, wenn das nicht passt. Oder ihr könnt auch ein kleineres Basisnetz verwenden. Also wenn jetzt hier ihr so ein 4 GB Netz runterladet, womit das irgendwie nicht funktioniert mit eurem Grafik-Speicher, dann könnt ihr auch ein kleineres nehmen, wie dieses Deliberate Version 2. Das sind jetzt bloß noch 2 GB. Das 1er waren glaube ich noch 4. Und wenn ihr zusätzliche Funktionen aktiviert, also wie die Hypernetworks oder Textual Inversions, die brauchen auch wieder Speicher. Also jedes kleine bisschen an Qualität, Zusatzfunktion braucht nun mal Speicher. Und beim Training, da müsst ihr das nehmen, was bei euch reinpasst. Bei mir ist es jetzt das hier. Wenn ihr mehr Speicher habt, könnt ihr eine größere Auflösung verwenden. Wenn ihr weniger habt, weniger.